Das heißt zum Beispiel auf Finnisch, ich liebe dich. Heißt, ab bitte. Heißt, sehr weh zu machen. Wir sind die Leute im Abteil. Nicht so toll. Da ist ein schräger Typ. Du guckst immer so ernst. Bald wirst du alt und kriegst viele Falten. Das weiß ich selber. Vielen Dank. Naja, ich meine ja nur so. Du guckst, du guckst, du guckst, du guckst. Sehr geehrter Herr. Ich fürchtete, ich würde große Sehnsucht nach ihr kriegen. Doch ehrlich gesagt, ist es nur die Sehnsucht danach, wie sie mich anblickt. Was hast du gesehen? Frau, ich glaube, das ist ja nur die Sehnsucht. Dann hoffen wir. Jetzt sei noch nach. Du guckst, du guckst, du guckst. Du guckst, du guckst, du guckst. Du guckst, du guckst. Dann have ich. Dann do wekt, du guckst. Du guckst, du guckst.